Der Titel dieses Videos irritiert dich vielleicht ein wenig, denn er heißt Warum du Cardiotraining nicht zum Aufwärmen nutzen solltest. Ich meine hier speziell das Aufwärmen, wenn du Kraftsport machst, Krafttraining im Studio oder zu Hause. Plädiere ich dafür, es nicht dafür zu benutzen. Warum das so ist, erkläre ich dir im Video. Bis gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Jörn Giersberg, Personal Trainer seit über 25 Jahren. Und ich möchte heute mal mit einem Klischee aufräumen, was ich immer wieder beobachte in Studios, was ich immer wieder raushöre. Nämlich das, dass man zu Beginn einer Trainingseinheit im Studio, wenn man Krafttraining macht, vorher sein Cardiotraining absolviert oder sich aufwärmt etwas umfangreicher mit Cardio. Mit Cardiotraining meine ich so Dinge wie Fahrradergometer, Joggen auf dem Laufband oder auf dem Stepper gehen oder auf dem Crosstrainer. Das ist Cardiotraining, das ist Ausdauertraining. Warum das ein Fehler ist, das ist aus folgendem Grund der Fall. Also es gibt ja zwei unterschiedliche Belastungsformen. Das ist einmal das Cardiotraining, das ist Ausdauertraining, wie ich schon sagte. Und das ist auf der anderen Seite der Kraftsport. Das sind zwei sehr unterschiedliche Belastungsformen, die sich nicht vertragen miteinander. Hier laufen völlig unterschiedliche physiologische Prozesse ab. Und daher ist es sinnvoll, das zu trennen. Das heißt, idealerweise ist es gar nicht in einer Trainingseinheit zu absolvieren, sondern nach Möglichkeit in unterschiedlichen Trainingseinheiten. Man könnte jetzt sagen, ja okay, Joggen, ich mache ja, wenn ich mich zehn Minuten aufs Fahrrad setze, jetzt kein ausgesprochenes Cardiotraining in dem Sinn. Da gebe ich dir recht. Klar wirst du durch das Cardiotraining vor den Kraftübungen auch aufgewärmter. Der Körper kriegt eine gewisse Temperatur. Aber trotzdem stoße ich natürlich diese aeroben Effekte schon mal so ein bisschen an. Das heißt, ich stimme den Körper eher auf diesen Cardio-Bereich ein. Ich möchte aber ja beim Krafttraining genau in die andere Richtung gehen. Und insofern ist es auch eine Frage der Zeit. Die kommt auch noch dazu. Meine Klienten, und ich denke mal, du hast wahrscheinlich auch nicht permanent Zeit trainieren zu gehen, da ist es wichtig, dass man komprimiert sein Programm durchzieht. Wenn du jetzt insgesamt von einer Stunde dich schon am Anfang zehn Minuten oder 15 Minuten auf ein Fahrrad setzt, ist die Zeit schon mal hin. Das heißt, meine klare Empfehlung ist, nicht Cardiotraining zu machen, sondern folgende Empfehlung. Gucke, mit welcher Kraftsportübung du anfängst. Nehmen wir mal das Beispiel Bankdrücken. Ich zeige dir die Übung mal hier. Dann ist es viel cleverer, dich ein, zwei Minuten aufzulockern. Das heißt, du machst Armkreisen, Schulterheben, Handgelenke ein bisschen kreisen. Also ganz einfache Lockerungsübungen, auch nicht übertreiben. Und dann wärmst du dich an dieser spezifischen Übung auf. Also am Bankdrücken. Das heißt, du steigst mit einem leichten Gewicht ein, steigerst dich von Satz zu Satz höher, guck, dass du nicht zu viele Wiederholungen machst und wärmst dich also ganz spezifisch an der Übung auf, was viel cleverer ist, als sich vorher eine Viertelstunde aufs Fahrrad zu setzen. Und keine Sorge, wenn du also eine kluge Aufwärmtechnik benutzt, dann wirst du auch keine Probleme mit Verletzungen haben. Du wirst dich genauso auch warm fahren und du wirst vor allem die Strukturen aufwärmen, auf die es auch ankommt. Bei mir im Mitgliederreich, bei Figurtrainer, vermittle ich genau diese Technik, wie man sich klug aufwärmt. Ich beobachte auch häufig in Studios, dass auch hier häufig Fehler gemacht werden. Dass die Sprünge von Satz zu Satz nicht stimmen, dass die Anzahl der Wiederholungen viel zu hoch ist. Wenn dich das interessiert, dann schau dir einfach mal mein Webinar an oder melde dich direkt bei Figurtrainer an. Hier nehme ich dich an die Hand und erkläre dir genau jeden einzelnen Schritt in deiner Trainingsplanung und so auch die richtige Aufwärmtechnik. Und wie gesagt, also spezifische Übungen raussuchen, Bankdrücken, Lockerungsübungen, dann die Aufwärmsätze und dann kommen die danach den Aufwärmsätzen, die eigentlichen intensiven Sätze, wo es dann wirklich darum geht, Vollgas zu geben und einen neuen Rekord aufzustellen. Und was das Cardio betrifft, habe ich ja zu Beginn des Videos gesagt, dass es wichtig ist, dass man das idealerweise an einem separaten Tag absolviert, also nicht in Kombination mit dem Krafttraining. Und hier vielleicht noch vier Aspekte. Wichtig ist, dass wenn du es mit dem Kraftsport kombinierst, dass du nicht zu viel Cardiotraining machst. Das heißt, nicht zu viel bedeutet nicht zu oft, also jetzt nicht täglich oder jeden zweiten Tag. Dann natürlich nicht zu schnell. Das heißt, orientiere dich an deiner Pulsfrequenz und guck, dass du wirklich langsam dich bewegst und nicht zu viel Gas gibst. Da findest du auch hier auf dem Kanal ein paar gute Hinweise zum Tempo beim Cardiotraining. Dann natürlich nicht zu lange. Hier empfehle ich immer zwischen 20 und 40 Minuten. Nicht drüber gehen. Und natürlich der richtige Zeitpunkt. Da sind wir wieder bei unserem Thema heute bei dem Video. Das heißt, idealerweise an einem anderen Tag, nicht am Tag vor dem Krafttraining. Und wenn es mal gar nicht anders geht und du wirklich kaum Zeit hast und du musst Krafttraining und Cardiotraining in einer Einheit verbinden, dann bitte schön mach das Cardiotraining nach dem Kraftsport. Denn dann hast du den Schwerpunkt auf deine Kraftübung legen können, auf die Muskelentwicklung. Und das ist viel wichtiger, als jetzt die Kraft zu verschwenden mit einem Jogging oder mit einem Crosstrainer vorher. Also, ich hoffe, ich konnte dir das plausibel vermitteln. Ich würde mich freuen auf das nächste Video mit dir zusammen. Und bis dahin, dein Jon Giersberg.